Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich grüße Sie zu einer weiteren Ausgabe des Videotickers vom Frankfurter Börsenbrief. Heute ist Donnerstag, der 4. November, gegen 12 Uhr. Die wichtigste Nachricht gestern war natürlich das, was von der amerikanischen Notenbank kam, bezüglich des Quantitative Easing-Programms Nummer 2, die nächste Runde einer gigantischen Liquiditätsflutung für die Märkte. Das Volumen 600 Milliarden Dollar, zum Großteil wird das in Staatsanleihen fließen, vor allem bei längeren und mittleren Laufzeiten. Etwa 86 Prozent dieses Volumens voraussichtlich werden in Laufzeiten zwischen zweieinhalb und zehn Jahren, gehen so in dieser Bandbreite ungefähr. Das heißt, die Märkte werden nochmal massiv mit Liquidität versorgt und wenn man dann auch noch die Mittel dazu rechnet, die sich aus der Tilgung von sogenannten Agency-Bonds ergeben, dann könnte das Volumen dieser Flutungsaktion für die Märkte durchaus 850 bis 900 Milliarden Dollar erreichen. Also ein substanzieller Betrag. Vielleicht noch etwas wichtiger ist der Hinweis, dass man dieses Maßnahmenpaket oder diese Maßnahmen auch zukünftig anpassen kann, anpassen wird vielleicht auch. Denn das lässt der Notenbank in den USA natürlich die Türen offen. Sie kann jetzt auf den Markt schauen und weiter agieren. Sie kann das Volumen hochfahren, wenn sie das für richtig hält oder das Programm auch verlängern. Das ist ja angesetzt bis etwa Jahresmitte oder bis Jahresmitte nächsten Jahres. Die Konditionen sind nicht in Stein gemeißelt. Das ist die wichtige Meldung. Bezogen auf das Volumen ist das hier keine so gigantische Überraschung für den Markt. Im Grunde genommen hat sich die ungefähr damit im Bereich der Erwartungen bewegt. Die Marktreaktion gestern auch etwas verhalten oder ruhig, aber es ist eben auch nicht zu einer größeren Schwäche gekommen. Aber ich werde da gleich noch etwas mehr zu sagen. Wie soll man dieses Quantitative Easing Programm Nummer zwei einschätzen? Ich denke, es ist nicht primär ein Konjunkturprogramm. Die amerikanische Notenbank schaut natürlich auf den amerikanischen Arbeitsmarkt, der sich im Moment schwach präsentiert. Die Arbeitslosenquote ist verhältnismäßig hoch, 9,6 Prozent etwa. Und die Gefahr ist, dass sich hier eine gewisse Verkrustung im amerikanischen Arbeitsmarkt ergibt und dann auch auf längere Sicht ein etwas gedrosselter Konsum. Ich sehe das nicht so sehr als Konjunkturmaßnahme, sondern eher als Maßnahme der Inflationierung. Ich glaube, was die amerikanische Notenbank noch mehr vor Augen hat als die kurzfristige Konjunkturentwicklung ist, dass man Deflation vermeiden möchte. Das heißt, man möchte auf irgendeine Weise Inflation in die Märkte hineinbringen und das wird meines Erachtens vor allem die Asset-Märkte betreffen. Das heißt, also die Anlagemärkte und ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es innerhalb der nächsten, sagen wir mal, 12 bis 24 Monaten zu Blasenbildungen kommen wird. Möglicherweise werden sich sogar massive Blasen auftun. Das ist natürlich, man kann es sehr geteilt betrachten, Blasen haben immer die Gefahr, dass die Platzen und unschöne Verwerfungen dann auch an den Märkten verursachen. Aber zunächst einmal können einzelne Blasen, zum Beispiel im Rohstoffbereich oder auch im Bereich der, speziell bei den Agrarrohstoffen, eine gewisse Inflation hier eben auch auslösen. Außerdem dürften diese Maßnahmen auch ein indirektes Hilfsprogramm sein für die Banken und Investmentbanken in den USA, denn in den nächsten, sagen wir mal, sechs bis neun Monaten dürften sich für diese doch viele Möglichkeiten auftun, in ihrem Handelsgeschäft aufzutrumpfen, Gewinne zu machen, vielleicht auch die ein oder andere Bilanz ein wenig zu bereinigen, sauber zu machen und mit Eigenkapital durch Gewinne zu füllen. Was ist denn jetzt mit dem Szenario eines Rücksetzers? Wir hatten das ja in den letzten Tagen schon etwas andiskutiert, eine Pause oder Rücksetzer. Im Grunde genommen ist das immer noch die wahrscheinlichste Option. Dem S&P 500 fehlt nicht mehr viel und der hat das April hoch erreicht. Das heißt, das Restpotenzial nach oben weiterhin meines Erachtens nicht sehr groß. Spätestens bei dieser Marke dürfte es mindestens zu einer Atempause kommen, vielleicht auch einem Rücksetzer. Es wäre jedenfalls zu wünschen als Bereinigung oder ein Stück weit Bereinigung, bevor wir dann in eine sehr markante Stärkephase gehen, die voraussichtlich bis zum Frühjahr kommenden Jahres reichen würden. Aber Sie wissen auch, die Börse ist kein Wunschkonzert. Bitte bleiben Sie jetzt sehr eng dran am Markt und beobachten Sie. Denn wenn jetzt in den nächsten, sagen wir mal, fünf bis zehn Handelstagen nicht zu einer solchen Sendepause oder auch einem Rücksetzer kommen, dann kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass wir einen Durchmarsch bekommen. Das würde bedeuten, dass man dann eben auch trotz der relativ hohen Notierungen immer noch massiv auf die Kaufseite gehen muss. Denn angesichts der Liquidität, die jetzt in die Märkte strömen wird, dürfte es eben hier doch eine relativ starke Börsenphase geben bis zum Frühjahr kommenden Jahres. Quartalsberichtssaison läuft immer noch. Es gibt eine ganze Flut von Meldungen und ich werde hier nicht so konkret darauf eingehen, eher so ein bisschen im Überflug über einige Unternehmen hinweg gleiten. Heidelberg Zement beispielsweise. Es gab einen Gewinnsprung im dritten Quartal. Besonders gut lief das Geschäft in Asien und Afrika. Und bitte beachten Sie doch zu diesem generellen Themenkomplex auch die Seite 1 des kommenden Frankfurter Börsenbriefs, also dem Börsenbrief von dieser Woche. Denn die deutschen Unternehmen müssen vielleicht in einem etwas neuen Kontext gesehen werden. Die deutschen Unternehmen sind ja sehr global aufgestellt. Hohe Umsatzanteile werden im Ausland erzielt. Somit hängt Deutschland nur nachrangig, würde ich sagen, oder zumindest die großen Unternehmen in Deutschland nur nachrangig an der binnenwirtschaftlichen Situation in Deutschland, sondern sie hängen letztlich am globalen Konjunkturtrend. Und der wird in der Dynamik im Moment maßgeblich durch Asien beeinflusst und vorangetrieben. Denn das wesentliche Wachstum im Moment spielt sich ja doch in Asien ab. Insofern für die deutschen Unternehmen eigentlich eine sehr spannende Ausgangslage. Und auch wenn die europäische Wirtschaft im Moment nicht dynamisch läuft, die deutsche ist ja gut unterwegs, aber die europäische eben nicht und die amerikanische im Moment auch nicht. Dann haben die deutschen Unternehmen doch aufgrund ihrer globalen Aufstellung vielfach sehr interessante Möglichkeiten in den nächsten Quartalen zu punkten, Geschäft zu machen, Gewinne zu machen. Heidelberg Zement jedenfalls heute sehr fest. Vorhin war sie an der DAX-Spitze mit über 6 Prozent Kursgewinn. Weitere Aktie Deutsche Telekom, vielleicht ein bisschen Kontrastprogramm. Es ist ja eigentlich eine totale langweiler Aktie und das dürfte auch in den nächsten sechs Monaten so bleiben. Halten wir uns hier nicht zu lange auf. Es gab etwas widersprüchliches Datenmaterial. Beim Umsatz trübte man sich etwas 1,4 Prozent, etwa auf 15,6 Milliarden Euro. Beim Gewinn kam man um etwa 8 Prozent voran auf 1,04 Milliarden Euro. Adidas konnte die Prognose in diesem Jahr schon zum dritten Mal anheben, was ja eigentlich ein sehr gutes Zeichen ist. Von vorher 520 bis 550 Millionen Euro auf nun 560 bis 565 Millionen Euro beim Gewinn. Doch selbst das scheint dem Markt nicht so ganz zu reichen. Die Aktie ist heute eine der schwächeren Einzelwerte im DAX und das zeigt schon eine gewisse Ermüdung an. Übrigens, diese Tendenz zeigt sich auch bei einer Reihe von anderen Werten, wo es Zahlen gab und die Aktien aber Fleck kommen. Auch das würde eigentlich dafür sprechen, dass wir nun viel Good News sozusagen in die Kurse eingearbeitet haben und hier das Überraschungspotenzial im Moment eher auf der Enttäuschungsseite liegt oder auch von der Charttechnik her liegt es einfach nahe, dass wir mal eine gewisse Beruhigung bekommen. Weitere Aktie, Beiersdorf, die Nivea-Aktie sozusagen. Der Gewinn wurde zwar erhöht, aber nicht so stark wie erwartet und auch hier zeigt sich die Aktie eher etwas schwächer auf der Brust. Kommen wir zum MDAX Wacker Chemie. Es gab einen Schub bei Gewinn und Umsatz. Wieder mal gab es eine Erhöhung bei der Prognose. Die Aktie bringt es heute aber nicht wesentlich voran. Das passt in den generellen Kontext. Ähnlich ist SGR Carbon einzuschätzen. Hier gab es eine Erhöhung der Jahresprognose. Das operative Ergebnis konnte um 48 Prozent verbessert werden auf 36,3 Millionen Euro. Das war besser als erwartet. Insgesamt von dem Bericht würde ich sagen, aber die Aktie bringt es heute ebenfalls nicht mehr groß voran. Rhön Klinikum, heute eine der schwächsten Werte im MDAX. Die Jahresprognose war dem Markt zu vorsichtig und hieran kann man ganz gut sehen, dass die negative Seite im Moment vom Markt auch gewichtet wird und wahrgenommen wird. Die Aktie heute eine der schwächsten Werte im MDAX mit minus vier Prozent. Trägerwerk, TechDAX in diesem Fall. Das EBIT, also das operative Ergebnis, konnte verdoppelt werden etwa auf 34,1 Millionen Euro. Aber auch diese Aktie ist heute schwach, ist eine der schwächsten Einzelwerte im TechDAX. Und damit sind wir beim Terminkalender. Heute war angesetzt, oder für heute war angesetzt, die Tagung bei der EZB. Große Impulse erwarte ich hiervon aber nicht. Ansonsten war angesetzt Euroland-Erzeugerpreise September und USA-Produktivität drittes Quartal. Kommen wir abschließend noch zu der Strategie. Im Grunde genommen ergibt sich aus dem, was ich schon gesagt habe. Das kurzfristige Restpotenzial erscheint mir nicht sehr groß. Die Märkte sind reif für eine Atempause. Aber die Börse ist andererseits auch kein Wunschkonzert. Insofern bitte Radarschirm weiterhin angeschaltet lassen. Es könnte sein, dass sich in den nächsten fünf bis zehn Tagen markanter Handlungsbedarf ergibt. Voraussichtlich auf der Kaufseite und hoffentlich von einem etwas niedrigeren Marktniveau aus, damit das Potenzial anschließend umso größer ist. Und das war es auch schon wieder für heute. Ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen an der Börse, viel Erfolg und einen guten Tag, Ihr Walter Tissen. Vielen Dank. Vielen Dank.